Herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es mal wieder um unsere besten Freunde Laura Müller und auch Michael Wendler und ein Q&A. Und viele haben immer gefragt, Mensch, wann kommt denn mal wieder was zu Michael Wendler? Ich behalte ihn im Auge, ich habe auch den Podcast im Auge. Allerdings gebe ich auch der Trashformiert-Seite hier so ein bisschen recht. Grüße gehen raus, ist unten auch für euch verlinkt als Quelle. Ich glaube, dass dort viel über Michael gesprochen wird und man sich dann schon die Frage stellen muss, was das dann für einen Mehrwert für euch hat. Aber wenn ihr Bock habt, schreibt Podcasts mal unten rein, dann werde ich die Podcasts der letzten Wochen, Monate mal durchskippen und wieder so ein paar Updates bringen. Vielleicht ist da doch nochmal was Interessantes für euch bei. Sie hat aber ein Q&A gemacht, Laura ist wieder aktiv. Ich vermute, das hatte den Grund, weil sie bei Instagram auch Werbung gepostet hat, mal wieder für so eine Massagepistole. Und wenn man jetzt hier auf ihrem Profil ist, sieht man, okay, Michi und sie haben hier was geteilt. Die Leute liken es auch noch, ja. Und sie schreibt Parents mit ein paar Emojis. Und beide nach dem Duschen und Michi mit längerem Haar jetzt, hat sich die auch länger wachsen lassen wie ich. Und hier wird dennoch noch OF auch beworben. Also Laura Müller Official by Only. Und ihr seht, in Lack und Leder. Und ja, davor dann normale Postings, keine Kommentare. Und ja, davor wurde auch länger nichts gepostet. Da haben die, muss ich aber auch sagen, die Bilder trotzdem immer noch relativ viele Likes. So die letzten Sachen, auch als sie die Baby-News verkündet haben. Also die haben durchaus auch noch einige Supporter, das will ich damit sagen. Ja, deswegen, ja, würde ich sagen, gehen wir jetzt hier mal in die ganze Schose rein. Und ich bin gespannt, ja, was ihr zu dem ganzen Thema sagt. Und hier wird von der Trashformiert-Seite gesagt, aus dem Q&A von Laura Müller. Manche scheinen wohl nicht an der Existenz des Kindes zu glauben. Ihr Podcast ist übrigens wohl auch auf Spotify, aber ihr verpasst nichts. Es gibt keinen roten Faden, 95 Prozent ist Michael, wie er sich ungerecht behandelt fühlt. Und das ist in der Tat so gewesen. Also ich hatte ja die ersten drei, vier Podcasts für euch jetzt zusammengefasst. Und wie gesagt, schreibt Podcasts unten rein, wenn ihr das jetzt hier nochmal haben wollt. Dann höre ich mir die nochmal durch und dann fasse ich die für euch gerne zusammen. Ihr könnt aber die Älteren auch mal durchgucken. Und ja, so ultra spektakulär war es nicht, obwohl man so ein paar Hintergrundinformationen immer bekommen hat. Also wenn euch das interessiert, mache ich das gerne. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt hier die Fragen mal durch. Keine Frage, aber ich hoffe, euch irgendwann wieder in Deutschland zu sehen. Möchte mal auf einem Wendler-Konzert. Also es gibt in der Tat, und ich bin durchaus auch schockiert gewesen, das war auch schon vor zwei Jahren zu der Hype-Phase von Michael Wendler der Fall, wo mir auch junge Frauen geschrieben haben, auch teilweise Laura Müller-Dubels. Er hat da mal über eine berichtet, die wirklich auch Michael Wendler aktiv gehört hat und die auch über ihn erzählte. Ihr kennt vielleicht noch die älteren Videos, die länger schon dabei sind. Schaut euch gerne die alten Perlen an. Da ist einiges zusammengefasst, wo man auch sagen könnte, okay, der hat irgendwie so einen gewissen Typ gehabt, wollte eine junge Frau haben und hat dann sich einfach eine von denen ausgesucht. Das ist schon interessant. Aber wie gesagt, würden wahrscheinlich fast alle so machen. Muss man auch mal ehrlich sein. Du wirst, das wirst du bald können. Also es wird anscheinend für ihn hier bald wieder ein Comeback geben. Und sie teasert das ja hier auch mal mit bald an. Es geht auch komischerweise immer nur hauptsächlich darum, euch mal wieder in Deutschland zu sehen. Also auch schon recht offensichtlich, finde ich, dass man wieder versucht zu sehen, Werbung zu machen und den Leuten zu zeigen, ja, wir sind bald wieder da. Wann können wir euch mal wieder in Deutschland sehen? Bald. Dann geht es hier weiter. Kannst du die Fußfingerhaare von Romy zeigen, damit wir sehen, dass es das Kind gibt? Nee, mein Romy bleibt geschützt. Finde ich auch richtig so, dass sie sich da nicht unter Druck setzen lässt. Man hat das Kind im Podcast auch schon regelmäßig gehört. und ich bin mir wirklich sehr, sehr sicher eigentlich, dass das dann auch stimmt. Also sie sah ja auch sehr schwanger aus. Und also das würde mich jetzt wundern, wenn jetzt der Sohn nicht existieren würde und die so die ganze Zeit nur so tun. Was haben die jetzt davon? Gar nichts. Also halte ich für Blödsinn. Michael hatte offensichtlich ihr Recht mit allem, was ist auch wieder so krass, ja. Mit allem hatte Michael Wendler recht. Also ich bin jetzt zum Beispiel geimpft und geboostert und ich lebe noch. Wir sollten ja alle schon vor drei Jahren tot sein. Dann ist die Welt nicht untergegangen. Es gab nicht einen Stromausfall, zumindest in Berlin. Es gab keine Nahrungsknappheit. Die Supermärkte waren immer dauerhaft geöffnet. Wir können über die politische Situation und über die Aufarbeitung der Zeit, der letzten Jahre sprechen. Und die kann man kritisch sehen, sehe ich genauso wie viele andere von euch auch. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die ganzen Schwobler recht hatten. Also das ist wirklich blödsinnig. Dann geht es hier weiter. Wird dein Mann verhaftet, wenn er nach Deutschland kommt? Nee, Fake News. Ja, interessante Frage. Dann geht es hier auch nochmal um die Frage davor. Mich hatte offensichtlich recht. Da hat sie aber nichts zu geantwortet, was auch schon mal wieder so zeigt. Sie hält sich da sehr bedeckt in der Öffentlichkeit. Und das ist halt das Ding. Ein Comeback ist dadurch halt auch nie ausgeschlossen bei ihr, dass sie vielleicht mal irgendwann sagt, ja, ich gehe jetzt hier, ich habe mich von Micha getrennt und mache mal ein eigenes Ding. Und dann werden alle sagen, ja, die arme Laura. Und da wird es, glaube ich, dann auch ordentlich Geld geben für Exklusivinterviews und Co. Und da werden dann auch schnell mal 100, 200.000 Euro gezahlt für so ein Interview. Also ich glaube, Boris Becker hat nach seinem Interview aus dem Knast kamen, enorm viel Geld bekommen von Sat.1, wenn ihr euch noch erinnert, ja, für dieses Exklusivinterview. Hast du Fragen bei der Fragerunde? Liest du den Playboy? Gibt es mal einen Pick? Du mit Playboy. Mein Heft war die erfolgreichste Ausgabe der letzten zehn Jahre oder mehr. Ja, und da muss man aussagen, ich weiß gar nicht, gibt es heutzutage noch überhaupt das Heft? Keine Ahnung. Weiß es wirklich nicht. Wird auch beim Kiosk nie so drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war damals wirklich ein Kassenschlager. Also ich habe sogar auch einige Bekanntschaften, Freunde, die sich diese Ausgabe gekauft, gekauft, würde ich gerade sagen, gekauft haben. Und von daher, ja, scheint das nicht so erfolgreich gewesen zu sein. Und ich glaube, hätte es jetzt nicht dieses Skandilchen gegeben, hätten, glaube ich, einige jetzt auch vielleicht noch mal sich ein zweites Heft dort von ihr gekauft. Und ich schließe es auch nicht aus, dass es da noch mal irgendwann zum Shooting kommt. Momentan würde sich der Playboy allerdings ins eigene Bein schießen, weil noch zu viele Leute kritisch denken. Andererseits hätten auch RTL 2 die Sachen aussitzen können mit dem Shitstorm und Co. Und diese Sendung ausstrahlen können mit dem Wendler. Das waren immer Quoten-Hits. Und wir hätten alle diese Baby-Doku uns angesehen. Ich sowieso, weil es mein Job ist. Und ich glaube, die Quoten wären enorm gewesen. Auch wenn er natürlich sehr unbeliebt ist, ist er so ein Mensch, der polarisiert. Und die Shows waren immer Kassenschlager. Also von daher hätte man als RTL 2 nur damit leben müssen. Und das war, glaube ich, auch der Knackpunkt, dass dann halt die Geissens nicht mehr auf RTL 2 weitergemacht hätten. Und das war dann wahrscheinlich der Grund, der dann ausgereicht hat dafür, dass das dann nicht geklappt hat. Ich glaube, dieser Shitstorm, der da kam, den hätten sie vielleicht noch mitgenommen von RTL 2. Ich glaube, das wäre denen egal gewesen. Da muss man ja auch ein bisschen mit rechnen. Aber als dann die Geissens gesagt haben, nee, mit dem Pfeifendecke hier auf dem gleichen Kanal nicht, da war dann Schluss. Die Wollnis haben immer geschwiegen dazu. Fand ich auch interessant. Die hatten da nicht so Courage. Und ich fand das sehr, sehr gut. Also die Geissens haben da auf jeden Fall Pluspunkte bei mir damals gesammelt. Die haben sich da wirklich vehement gewehrt und im Öffentlichen auch drüber gesprochen. Fand ich gut. Und das war jetzt auch schon die kleine Fragerunde von Laura Müller zu Michael Wendler & Co. Und ich dachte, das wäre jetzt hier nochmal für euch ganz interessant, so ein bisschen drüber zu plaudern. Wie gesagt, wenn euch das interessiert bei dem Podcast, schreibt Podcast nochmal gerne unten rein. Und um 12 Uhr kommt nochmal ein interessantes Video, was ich für euch schon gedreht habe. Da geht es um eine Wünsche. Und wenn euch das interessiert, lasst gerne auch ein kostenloses Abo da. Folgt mir gerne überall. Und dann soll es das für jetzt erstmal gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.